Moin Leute! Herzlich willkommen hier zurück auf der Butchern von Carl-ID in Ultramapper. So wir wollen mal gucken ob wir auch heil an den Hof ankommen. Machen wir lieber ein paar Lauberlampe an. Und Wornblinker. Sicher ist sicher. So, erste Gong ist drinnen, ab fort. Warte, hab ich mir nämlich gedacht. Ich will das gar nicht oft tun. Seh mal, Kollege! Oh, dann fahr jetzt eben mal an. Sehr liebenswürdig der Herr. Ich glaube wir sind ein bisschen überladen. Aber noch ist alles drauf. Nee, ne? Stau. Auf der B748 hier. In Butchern. Kann die Polizei nicht mal den Verkehr hier regeln oder wer? Guck mal, der muss sich auch quälen, ne? Der Mops. Guck dort für einen Wornblinker an. Kann nix schief gehen. Und ein paar Lauberlampe an. Oh, oh, oh. Die letzte Palette sitzt aber gar nicht gut drauf, ne? Guck mal. Guck mal. Wolltest du denn rennen oder was? Hä? Sag mal. Beschleunigungsrennen. Entwickle mich aber auf den Zünder hier mit dem Wornblinker, du. Die letzte Palette, die macht mir so ein bisschen kopfschmerzlich, siehst du da? Ne, die da? Ne, die da? Ah, wir kommen an den Hof an. Und für dich darf man die Prognose schon sorgen, du. Ja. Jetzt geht's ja nur noch gleich hoch, hier, du. Das war aber auch, glaub ich, nicht so eine gute Idee, den so voll zu kloppen, du. Ja, wir kommen an, du. Wir zickt die. Oh, nicht schaden. Hier ist ja auch ganz selten hier. Und so, die kriegen das Zeug auch gleich abgeladen. Hier sind wir uns im Räunen, ne? Fand der ganze Gebünsel jetzt aus. Entschuldigung. Fangen wir da mal aus. Wir sind Heuleanhof angekündigt. Heuleanhof. Ist ja auch cool. Wenn ich jetzt nicht den ganzen Hof so vollgestellt hätte, dann wäre das ja auch echt super. Können wir nur abgeladen können. Heulei. Ich drück immer doch nicht. Ich bin es noch nicht so gewohnt. So, wir sind ein Hof angekommen, du. Das zackt hier. Das war ja mal gar nicht so cool, ne? Aber wir haben es geschafft. So, wenn wir das Ding da oben jetzt noch abgeladen kriegen, dann sind wir die Helden, ne? Was ist das? Ist das Wasser, oder was ist das? Sag mal, guck mal eben eine. Was ist das denn? Ach nee. Leute. Ah. Gefühlt hat das Wasser. Das haben wir da woanders hingestellt, ne? Traumadegrande. Oh, 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 oh. Ingegrande dem Manöbel. Wohin wäre jetzt gefilterte Wasser hingestellt. Ich meine hier hinten, ne? Und das hier hingestellt? Ja, ja, ja. Wie wird das? Läuft. Oh, nicht durchs Gras. Oh. Nix passiert hier. Nee. Was ist da denn passiert? Och, Schickram. Was soll das denn? Das ist ja uncool. Krieg ich ja nie hingestellt jetzt. Statt, dass sie richtig runterfällt. Nee, macht er dann auch mit, ne? Ach, jetzt. Ey, sind wir, Kollege, du bist ja nicht richtig fein fit, die will. Du bist direkt das Wort. Ich bin sowas von impregniert. Da muss ich mal ganz ehrlich sagen, ne? Ich hätte jetzt mit allem gerechnet, aber doch mit nicht. Hm, wohin mit Zeug? Kann ich das hier lockern? Das ist ja auch irgendwie... Oh, ah, ah, ah. Sehen, dass der nicht ganz so durch die Gegend schlittert. Da hätte ich das wieder auch mit dem Mischfoggen dran fangen können, ne? Und nicht 35.000 andere Mittel drinnen haben. So ist zumindest der Plon dahinter. Oh, oh, das wird hier nicht gut gehen mit Abladen. Da habe ich so eine Bogenmdelle reingebaut, ne? Weil ich da so Blumenkästen draufgesetzt habe. Ja, seid doch nicht immer so knatterig hier. Ihr habt noch was von Leben. Echt? Ja. Was ist das denn hier für ein Drift? Die Staublerdrift. Ein neues Spielort. Oh, das haben wir auch schon mal. So, jetzt müssen wir nur sehen, dass wir das Zeug hier einigermaßen abgeladen kriegen, ne? Hm. Können wir nämlich direkt Gockels kaufen, ne? Wenn ich so ein bisschen lieber kaufen. Wo kommen wir denn da hin, wenn das jetzt jede Palette sind, ne? Sind wir, wo haben wir denn die Gockels nochmal sitzen? Waren die nicht hier hinten in den Hof? Schon Mist, ne? Leider neu. Die waren die doch oben. Hä? Haben die hier gar keine Hühner? Doch, 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 doch. Die sitzen hier hinten, ne? Jetzt ist ich hier. Guck mal. Ich wusste es. Zwar nicht auf Anhieb, aber ich wusste es. Na, ist frisch hier an heute? Sag mal. Oh, wie liegt man nicht auf den Spalten? Ist ja ein Wunder. Ja, hab ich auch gerade gesagt, ne? Haben wir einen Vorwärtsgang drinne? Ne. Ne, jetzt sogar. Langsam, langsam, langsam. Nicht, dass die Palette da noch runter schüttet. Das wäre nicht so günstig. Das Essen ist auch noch nicht fertig, du. Ohne schön. Wir können ein paar Guckels kaufen, ne? Wenn ich sie lieb mal auf dem Hof. Äh, 40 Stück gehen dann allerdings rein? Krass. Dann lass uns mal... Wir haben jetzt... 37. Kaufen. Dann brauchen wir drei Fridolins. Hab ich gelernt. Von Flo Fischer. Zehn Hühner, ein Guckel. Hier, moin! Na, wie ist die Logge hier? Alles frisch an der Verehrung? Ja. Tagkräftig in Action. So sehen wir da die gerne. Sollen wir mal eine Dörr open machen? Könnte auch rein gehen. Sehen wir, ihr seid schon geschlangene 10 Sekunden an den Hof und noch kein Ei. Äh, ich bin enttäuscht. Ich bin echt enttäuscht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte jetzt gedacht, die startet voll durch. Vorsicht, Vorsicht, der Unke muss hier mal Futter hinfahren. Soll ich schon voll oder was? Kann doch mal sein. Hm. Die fress doch sonst immer viel mehr. Kann doch gar nicht, dass die schon voll sind. Zeig mal hier. Hä? Die besitzen wir doch gar nicht. Die besitzen wir doch gar nicht. Wo haben wir denn drei Holzsteine da drinne stehen? Den Stall hab ich doch noch gar nicht gekauft, oder? Nee, hab ich noch nicht gekauft. Das ist jetzt mich schon wieder davon abgekommen, was ich eigentlich gucken wollte, ne? Das ist ein Traum mit mir, ne? Tatsache. Mir geht doch gar nicht rein. Okay. Lassen wir den Rest da erstmal stehen, ne? Dann können die ein bisschen drauf rumpicken. Sind wir... Rinn! Eier, Mann! Nicht da draußen alle kaputt vorhanden? Alter, nein, aber... Ha, das läuft hier, weh. Schick die Freunde. Ne, Träber haben wir ja. Ne, wie der meckert von drinnen, wenn ich hier über das Gras vor, ne? Musst du mir vorsiehen. Boah, der ist ja Mistisch schon, du. Was läuft hier? Äh, ja. Die wird sich gleich verabschieden. Pass mal ab. Also, Hühner füttern muss aber auf der anderen Seite. Das können wir hier nicht gebrauchen. Aber wusste ich das schon vorher, dass die da runterfällt. Guck mal, das ist auch so eine nette Palette. Sag mal, die sind ja richtig nett, die Palettkes. Lüpplich, lüpplich. So ein Schickrader. Halt's mal nicht ganz so schnell, Nils, Fanny. Sicher ist sicher. Die müssten eigentlich auch mal rausmähen, ne? Ja, der eine nach den anderen. So schnell schießen die Preußen. Da ist er das irgendwo. So, passen wir um den Druck. Wollen wir mal lieber in der ganz oben stellen, ne? Nicht, dass die da irgendwie versuchen kommen. Oh, oh, oh. Leiderlei, das geht nicht gut. Wann ist das? Ultimo? Ne, dann nimm die da mal lieber wieder weg. Das ist nicht so günstig. Ne, das war auch nicht günstig, du. Was hält, kommt denn nicht? Wie ist der für ein Moped? Müssen wir uns den aus dem Platinen mal da umgestellen, ne? Aber der ist nicht schön. Meine geht wohl. Oh, oh. Das ist ja kacke. Entschuldigung. Das ist nicht schön. Ich dachte, wir können Roni wieder hinstellen, aber Flötepieken ist. Da passt ja nichts drin. Sind wir heute mal auf der so rumzuguckeln? Kann mich ja gar nicht konzentrieren. Wer denn da? Ihr habt noch was von denen. Das lieber aufräumen, ne? Bis sie das alle erstmal so an den Hof hast. Und hier und da, ne? Und die Futtermittel passen da. Das dauert schon ein bisschen, ne? Aber so ist vernünftig weggeräumt, ne? Weißt du? Dann kannst du hier lang gehen. Ah, Hühnerfutter ist noch da. Und dann zack. Weißt du? So ist der Plan. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Bitte schön, kannst du ehrlich ein Däumchen? Wir haben mal ein Däumchen, ne? So in neun Jahren ein Däumchen. Ja, ja, ja. Ein Spaß beiseite. Ja, und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.